Ihr wollt eine Irisblende und Neonschrift? Ihr wollt eine Geburtsauf- oder Mittagskarte für eure Familie? Ihr wollt wissen, wie mache ich ein Bauernkreuz? Wie mache ich so ein tolles Spiegel? Das und mehr in meinem Stream am 08.09. Und damit hallo, mein Name ist Nivius und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Wie ihr schon gehört habt in dem Intro, werde ich jetzt streamen und zwar am 08.09. Für euch ist heute Montag, für mich ist heute Sonntag. Das bedeutet, in 14 Tagen, in 13 Tagen, am 08.09 werde ich einen Stream rausbringen. Das heißt, seid wachsam um 14 Uhr am 08.09. Schaltet auf meinem Kanal am 08.09. um 14 Uhr ein, um den Stream für Affinity Designer nicht mehr zu verpassen. Ihr seht in dem Stream einen groben Überblick, wie man so etwas macht. Wie man eine Großkarte macht. Wie man so ein Bauernkarro-Muster macht. Und wie man einen Goldrostspiegel mit Deutschlandflaggen drin macht. Das alles und mehr in meinem Stream am 08.09. um 14 Uhr. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, schreibt was Positives in die Kommentare und schaut bei meinem Stream am 08.09. um 14 Uhr vorbei. Dankeschön. Tschüss.